. . . . . . . . . Unglaublich. Nichts. Kein einziges Stück Fleisch. Weißt du doch, wie sie damals behauptet hat, ihr Mann hätte sich im Weltraum einen gefährlichen Virus eingefangen. Und am Ende musste für alle ihre Tabletten schlafen. Und wenn es Nacht wird, klimmen am Platz kleine blaue Lichter, wie Glühwürmchen zwischen den Steinplatten. Da waren wir glücklich, mein Mann und ich. Sie werden mich nicht finden. Ich habe beschlossen, nach Ungarn zu ziehen. Also, wenn du glaubst, du kannst bei mir wohnen. Dann ist es zu eng. Die mieten eine größere Wohnung. Okay, und von was zahlen wir die? Das ist eine nette kleine Geschichte. Der junge Mozart kommt nach Ungarn, um Rockmusik zu hören. Auf der Summe nach Inspiration. Jetzt erzähle ich ihm mal eine simpelere Geschichte. Ein junger Österreicher, drogensüchtig, kommt nach Ungarn, um Stoff zu kaufen. Und ich mit Gerog und diese Strumpfosen halt an, weil man da in guter Platz verstecken kann. Aufziehen! Das haben Sie kein Recht! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Auf einmal habe ich das Gefühl, du hast mich immer nur gelogen.